Hast du gewusst, dass von dir im Internet Daten gesammelt werden? Und zwar gibt es spezialisierte Firmen, die machen nichts anderes, um all deine Daten im Internet zusammenzusammeln und dann ein Profil von dir zu erstellen. Und was sie mit dem Profil nachher machen ist, die verkaufen diese Daten mit allem, was sie über dich gefunden haben, deine Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse an andere Leute und dann wirst du dazu gespandt mit irgendwelchen Werbungen und so Sachen. Und ich habe letztens so ein Tool entdeckt, das heisst Incogni und das geht einfach durch all diese Data Brokers durch und sagt denen, dass sie die Daten löschen müssen, weil es gibt ein Gesetz, dass sie einfach die Daten löschen müssen, wenn es diese Anfragen gibt. Jetzt, wenn man das einzeln macht, dann dauert das ewig, aber das Tool löscht einfach all deine Daten, die man im Internet findet. Ich habe das letzte Mal gesehen, dass das jemand gemacht hat und ich habe das sehr cool gefunden und ich werde das jetzt bei mir auch machen. Ich kann euch mal zeigen, wie das bei mir aussieht. Also folgermassen sieht das Ganze aus und zwar ist das Tool Incogni und so sieht mein Backend aus. Das heisst, sie haben jetzt insgesamt schon 43 so Data Brokers identifiziert. Bei 29 konnten sie schon alles löschen und 14 sind noch im Progress. Da seht ihr, wie lange das dauert hätte, wenn ich das irgendwie selber gemacht hätte. Das sind einfach so die Data Brokers, die all meine Daten hatten, ohne dass ich es gewisse, dass sie meine Daten gesammelt haben. Und das ist recht crazy. Es ist super einfach, man kann das Tool einfach installieren und nachher gibt mir dort seine E-Mail-Adresse an, man muss ein paar andere Sachen angeben. Und ja, das sind die, die die Schale gelöscht haben. Das sind einfach so Firmen, die meine Daten sammeln. Crazy.